Kuhn? Da geht er bestimmt wieder rein. Siehst du es? Siehst du es, Maxim? Ja! Hast du gesehen? Ja, guck hier! Siehst du ihn? Ja, guck hier! Hast du gesehen? Ja! Ich bin jetzt mal zu den Schlangen. Ja, aber ich müsste dich jetzt einmal aufsetzen, Lieve. Ich sollte heute eine bisschen Tragepause. Ja, also ich müsste dich jetzt einmal absetzen, Lieve. Ich würd' jetzt noch ein bisschen Tragepause. Und das ist Tücher.